Äh, hallo, vor allem in den, äh, hier in den Spielen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Knights of the Old Republic, so ein Rollenspiel, auch für Star Wars, da hat man, da hat man ganz, ähm, rollenbasierte Kämpfe nur, boah, mittlerweile eine richtige Jedi-Armee, jetzt geht's ab, ey, oh, 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 Ähm, genau, und das spielt eben weit vor den Geschehnissen hier, von der Zeit, also von der, von der Chronologie her. Hat sich da gar nicht die Statue bewegt? Kriegt der den Klee kalt, oder muss ich noch? Ich helfe mal nach. Eins, zwei, drei. Nein, oh mein Gott. Wir haben jemanden verloren. Oh. Und auch dort kommt, ähm, eben, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Und auch dort kommt eben Kolben vor. Meistens geht's da ab. Wie man jetzt hier aufs Rad sieht. Und da lauern die fettesten, bösesten Viecher, die überhaupt irgendwo umlaufen können. Okay, da unten geht's ab. Vielleicht soll ich mich beeilen, damit ich da noch ir-irgendwelche Jedis als, oh, Verbündete mitnehmen kann. Scheiße, er hat mich getroffen. Äh. Hallo. Jawoll. Sauberes Ding. Fuuuuh. Fuck. Shit. Oh mein Gott. Das war ich doch nicht. Ich hab sie getötet. Fuck. Ich hab sie mich jetzt an. Nein, du bist, du bist, wir sind cool, wir sind cool. Das war, war nur versehen, hast genau gesehen. Gut. Wir sind cool. Upsala. Da ist mir das Laserspiel ausgerutscht. Zack. Und tot war sie. Das ist ärgerlich. Was hier mit den Ketten? Was ich... Überall so Grabkammern, aber unten geht's weiter. Öffnen sie irgendwie die Tür zum Tal. So. Hm. 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 Ah. So, einmal Zwetschge. Und. Na komm. Ich denke, das war es. Oh. Ah, da brauchst, glaub ich, jemand Hilfe. Zu spät. Weit kommst du nicht. Hol dich los. Wir werden nichts mehr. Du kannst ihn nicht so. Oh. 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 Du wirkst den nicht, mein Freund. Wie viel Leben hat denn der noch? Okay, sieht nicht so super aus. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's da hoch, oder was? It looks so. Was machst du denn, du? Lass dich von der Macht durchdrücken. Ups, da da. Entschuldigung. Hm. Ach, da oben war jetzt schon wieder ein Laserschwert auf mich. Also wir müssen auf jeden Fall da hoch. Können wir da draufhüpfen, auf diese Dinger hier? Was weh in mich? Was ist denn, der Typ da oben? Ich werde dich besiegen. Okay, ich raff's nicht so richtig irgendwie. Die Macht ist mein Verwirrung. Ah, ja. Alles klar. So, und jetzt? I-ha-hi-ha-ho-ha. Oh, fuck. Wah-oh-ha-hi-ha-ho-ho-ho. Wah-oh-ha-hi-ha-ho. Jawohl, komm. Ja. So, komm mal ran. Kannst doch eh nix. Plums. So, das war der. Und weiter geht's. Oh. Das ist echt witzig, wie wir die mittlerweile umschnetzeln, hey. So, jetzt schon in Ruhe. Einmal ordentlich drauf gelangt, dann ist das schon gut. So. Wahrscheinlich geht's da rein, oder? Runter irgendwo. Es sieht so aus, oder stürze ich mich da nur in den Tod? Ja, spring mir ins Läser-Schwert rein, du Stück. Du Nudel, echt. So, da hat's nun. Sarg, nix anderes tolles. Jetzt hab ich keinen Mosch mehr, das ist echt scheiße. Jetzt muss ich gleich nochmal nachfüllen, hey. Hallo. Nicht weglaufen. Oh, jawoll. Das gerade eben war sogar gescriptet. Glaub ich. Ja, so zusammen geht das echt ab, hey. Leck mich im Arsch. Ich muss mal in diesen Grabkammern nieder. Hallo. Kann ich auch. Einschlag, what the fuck. Alter, das geht bei uns eigentlich ab. Je, die Armee folgt mir. Wir werden jetzt alles... Hallo. 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 Ich weiß, der Kollege Lichtschwert werfen, das ist echt... Jawoll. Aber wir mähen uns hier durch, hey. Das ist ja nicht mal feierlich. Das ist ja fast schon grausam, wie wir hier aufräumen, hey. Hallo. Ihr habt keine Chance. Ihr seid scheiße. Na, wo ist er? Ah, ist schon tot gemacht. Sehr gut. Ich glaube, das wäre echt wieder... Eins, zwei... Drei... Drei... Vier... Oh ja. Folgt mir, meine Freunde. Hat aber nicht mehr so viel Leben teilweise. Aber die heilen sich auch selbst... Äh... What the fuck? Weil der das machen kann. Kann mal einer was gegen den machen vielleicht? Das wäre echt top. Okay. Bam. Gute Arbeit, Manners. Ihr seid jetzt das TJT-Tobis-Jedi-Team. Oh. Kommt ihr mit, oder? Eher nicht. Da ist Lava, Mama. Da will ich nicht runterspringen. Puh. Packen die das? Eher nicht so. Es ist ein Jedi, Mama. Es ist ein Jedi, Mama. So. 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 Da unten blinkt... Was? Ah. Brauchen die da zwei, oder was? Warum sitzen die mich eigentlich? Was? What the fuck? Okay. Einer weniger. Boah. Die waren echt nicht ganz ohne, ey. Schild-Energie. Oh. Oh. Nein. Alter. Nö, nö. Eigentlich nicht so. Erstmal den Dicken hier. Alter, was geht bei dem? Bzw. was geht bei dem nicht? Da oben steht doch auch gerade einer, oder nicht? Ich dachte gerade, hättet ihr ein rotes Lichtschwert aufblitzen sehen. Da ist was Rotes. What? Natürlich habe ich Angst vor dir. Ja, geht so. Nummer Uno. Das Bremsen ist aber langsam echt... Oh, ich bin fast tot. Okay, jetzt haben wir noch Machterage, alles klar. Ich würde sagen, es ist nur Zeit für einen geordneten Rückzug. Oh, nein, 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 nein. Nicht blitzen, nicht blitzen, nicht blitzen. Du willst mich nicht blitzen. Du willst mich nicht blitzen. Nein. Okay, ich leuchte den Tod. Eh. Okay, das war der. Aber die anderen auch noch kommen. Nein. Ihr Schweine. Vielleicht kann ich zuerst denn da hinten einen Tod machen. Dann muss ich nicht alle drei jetzt... Komm her. Ja, komm. Komm her. Los. Wieso schüchtern? Ach, komm jetzt, Tay. Genau, komm mal ran. Jawohl, brav. Er ist doch ein Feiner. Warum nicht gleich so? So. Weil drei von denen auf einmal müssen echt nicht sein, hey. So, dann und dann die nächsten beiden, bitte. Ja.